Sie liebt das Bombastische, die kalkulierte Inszenierung, den perfekten Auftritt. Doch in Sachen Finden und Finessen haben viele hohe Herren die Rechnung ohne die Hohenester gemacht. Amalie heilt mit einer untrüglichen Mischung aus Kräuterkunde, autoritärem Auftreten und Sinn fürs Business. Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und liefern dir jede Woche Kräuterkundiges für alle Sinne, laden spannende Gäste ein und erzählen dir außergewöhnliche Geschichten. Weil wir finden, dass wir alle eine gehörige Portion mehr Naturverbundenheit gebrauchen können. Und tatsächlich war vieles schon mal da, wie wir heute erfahren werden. Wir nehmen die Dampflok und reisen ins 19. Jahrhundert. Bist du bereit, eine äußerst faszinierende Kräuterfrau zu treffen, die uns trefflich vermitteln kann, was in dem Metier so alles möglich ist? Dann komm mal mit. Krauthistory. Mit Kräutern ganz nach oben. Amalie Hohenester erschafft ein ganzes Kurbad. Aufmerksame Podcast-HörerInnen meinen nunmehr zu wissen, dass ich ein gewisses Fable fürs Royale habe. Für den Pomp und Prunk, der einer kleinen Seele für einen Augenblick ein wenig Weltflucht verheißt. Der Glamour und Glitzer lässt einen für wenige Minuten vergessen, was des Alltagslast ist und erhebt einen über das Gewöhnliche. Es vergoldet den Blick auf Schmuddeliges und Schäbiges, es legt ein purpurnes Mäntelchen auf die verspannten Schultern und es verschleiert für kostbare Momente die drögen To-dos, zeichnet sie weich und hinterlässt eine Perlenspur hinter das Abgearbeitete. Daher widmen wir uns heute einer Frau, die diesen Glam-Faktor sozusagen in Stein gemeißelt hat, indem sie ein quasi royales Kurbad erschaffen hat, mit nichts anderem als Urinbeschau und Kräuteranwendungen. Wir widmen uns einer Frau, die aus dem Nichts kam und aus dem Nichts einen adeligen Hotspot schuf. Eine Frau, die sehr zielstrebig ihren Weg von ganz unten nach ganz oben ging und mit Anfeindungen und enormen Schwierigkeiten kongenial zu jonglieren wusste. Amalie Hohennester ist eine der schillerndsten Kräuterfrauen der Geschichte, die aus dem Reigen der zahllos vergessenen Frauen heraussticht, die ebenso gekämpft, geheilt und gelitten haben. Sie ist bereits zu Lebzeiten eine Legende, weil sie mit Königs- und Großfürsten, Prinzen, Ministern und Gesandten genauso burschikos umgeht wie mit ihren irgendwann hundert Untergebenen. Eine Unternehmerin, die auch in der damaligen Platschpresse ein gern gesehener Gast ist, über die man, oder Frau, sich trefflich das Maul zerreißen kann. Wie konnte sie nur? Wie konnte sie es? Wie konnte sie das alles wagen? Machen wir also Bekanntschaft mit einer höchst ungewöhnlichen Persönlichkeit, nehmen einen von der dicken Dampflok betriebenen Waggon erster Klasse und reisen in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo wir am Bahnhof von Dachau in Oberbayern wieder aussteigen. Noch ist es sehr beschaulich da. Es erwartet uns mit zig anderen Gästen eine Droschke, die uns über rumpelige, staubige Feldwege in ein zweistöckiges Badhaus mit 35 Gästezimmern und 14 Badezimmern bringt, wo ein kleines Schlösschen und ein Brauhaus auf uns warten und eine eigene Landwirtschaft mit viel Vieh und reichlich Kräuterwiesen uns aufs Auskömmlichste zu versorgen vermag. Sagen wir mal, wir sind gut betucht und schlafen schlecht. So wie in diesem blumigen Einstieg vermengen sich historisch verbürgte Fakten mit der fantasievollen Feder von Autoren, die über diese Frau ihre Imagination ausgießen. Denn ihr Leben ist wahrlich ein Drehbuch gewesen, sodass es nicht Wunder nimmt, dass einige Romane, Theaterstücke und zwei Verfilmungen rund 100 Jahre später folgen sollten. Daher ist auch jetzt nicht sauber zu trennen, was Wahrheit und was Dichtung ist. Unstrittig dagegen, es ist und bleibt eine gute Story. Wir nähern uns also dieser Madame Amalie Hohennester, von vielen als raffiniertes Luder tituliert, in all ihrer Widersprüchlichkeit und durch die Brille von heute. Wir treffen auf eine äußerst talentierte, kräuterkundige Heilerin und zugleich auf eine mit allen Wassern gewaschene PR-Frau, die mit der Obrigkeit ständig im Clinch liegt und doch tiefgläubig ist, die wenig angepasst oder gesetzeskonform handelt und doch der Adligenwelt stets treu ergeben dient. Eine Frau, die vor dem Teufel nicht kuscht und dennoch eine Hasenfote um den Hals trägt. Vor allem hat sie enorme Risikobereitschaft und Unternehmerinnengeist bewiesen. Zu Unrecht ist sie, wie das Kurbad Maria Brunnen, das sie aus dem Staub erschuf, in Dom Röschenschlaf der Geschichte in Vergessenheit geraten. Ihre Biografie steckt voller Legenden. So soll sie zum Beispiel in einem tosenden Gewitter mitten im finsteren Wald zur Welt gekommen sein. Wann genau, das weiß man nicht, es gibt widersprüchliche Angaben. Irgendwann um den Oktober 1826 vielleicht und wo auch immer die Quellen nennen hier unterschiedliche Orte, alle immerhin südlich von München. Also, vor knapp 200 Jahren, erblickt sie als zwölftes Kind der berüchtigten Familie Nonnenmacher das Licht der Welt. Die ist reichlich aktenkundig, also die Familie, wird sie doch in die Nähe von Räuberbanden und Kleinkriminellen gerückt. So nimmt es vielleicht nicht Wunder, wenn hier auch Kräuter ins Spiel kommen. Die Frauen in der Familie kennen sich in den heimischen Wiesen und Wäldern aus, so weit, dass sie als sogenannte Engelmacherinnen vor Gericht landen. Sprich, sie wissen die ungewollte Frucht eines Frauenleibes wieder ins Jenseits zu befördern. Einige von Amalies Brüdern sind als Wilderer und Räuber bekannt. In jungen Jahren tingelt Amalie von Marktstelle zu Marktstelle und verdingt sich zuweilen auf eher unlautere Weise, wird bereits als 14-Jährige wegen, Zitat, lüderlichen Lebenswandels, Diebstahls, Abreißensamtlicher Siegel und Beleidigungen der königlichen Gendarmerie eingelocht. Sie ist also kein duckmäuserisches Kind, wie es scheint. Mali, wie sie früher geheißen haben soll, wächst in der beinharten Schule des Lebens heran und landet sogar im Rotlichtmilieu, wie man sich so erzählt. Was scheinbar gesichert ist, ist, dass ihre Mutter oder vielleicht doch ihre Großmutter, ihr Urgroßneffe, ist sich da heute ganz sicher, dass es die Oma gewesen ist, dass sie jedenfalls von der weiblichen Linie das Kräutersammeln, Arzneien zubereiten und Wetterbeschwören erlernt. Ihren Lebensweg kreuzen wir wieder, als sie mit 33 Jahren zunächst gemeinsam mit ihrer Schwester eine Art Praxis in Deisenhofen betreibt. Wir wissen das, weil sofort eine Anklage folgt. 1859 steht sie wegen medizinischer Fuscherei vor Gericht. Das geht schnell in diesen Zeiten. Männer in Amtsstuben sind sehr darauf bedacht, ihre Fründe zu sichern. Es ist außerdem die Zeit sich verdichtender Auseinandersetzungen zwischen dem, was später als Naturheilkunde bezeichnet wird, und dem, dank chemischer Erfindungen und Laborerfolgen, erstarkenden Ärztetum. Das Gesetz verbietet heilberufliche Tätigkeit ohne Ausbildung, von denen Frauen natürlich ausgeschlossen sind. Die erste approbierte Ärztin heißt auf deutschem Boden Ida Democh-Mauermeier und legt 1901, also rund 40 Jahre später, als erste Frau an der Universität Halle das medizinische Staatsexamen ab. Auch die Gewerbefreiheit sollte in Bayern noch rund zehn Jahre auf sich warten lassen. Wir sehen kein rosiges Umfeld für unternehmerische Frauen, die zudem, um geschäftsfähig zu sein, selbstverständlich einen Ehemann an ihrer Seite benötigen. Und so heiratet sie 1861 den Bene, Benedikt Hohennester, einen Wagenbauer aus Deisenhofen. Eine gute Wahl, denn sein Geschäft floriert, sodass sie in seinem elterlichen Hof ihr verstetigtes Wirken beginnen kann. Sie stellt Tinkturen, Tees und Salben so her, wie sie es von ihren Ahnenen gelernt hat, hantiert mit Kamille und Eibisch, Wermut und Minze, Lindenblüten und Maive, Gundelrebe und Hopfen. Schon bald nennt man sie die Doktorbäuerin, die am Tag 40 bis 60 Kranke zu heilen versucht. Sie hilft den Armen unentgeltlich und bei den Reichen greift sie beherzt in deren Tasche. Doktorbäuerinnen sind bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die Lichtgestalten der Volksmedizin. Sie praktizieren, wo studierte Ärzte rar sind, deren Wirkung allzu oft reichlich kostspielig ist, in Sachen Heilungschancen und in Gulden gerechnet. Mutmaßlich hat es unzählige Doktorbäuerinnen in der Geschichte gegeben. Dokumentiert ist nur das Leben der außergewöhnlichsten Vertreterin, Amalie Hohennester. Selbstredend geht der Konflikt mit den Behörden und dem ortsansässigen Arzt weiter, denn das Wirken einer jungen, energischen und vollkommen unbeirrten Frau garantiert missfällt. Man sucht also eifrigst eine Handhabe gegen Wucher, Scharlatanerie und Kurfuscherei und wird sogar fündig. Der studierte Doktor bekommt mit seiner Klage gegen diesen Zitat Unfug tatsächlich für kurze Zeit recht und bringt Amalie für acht Tage hinter Gittern. Die Folge, eine erste Berühmtheit für die Doktorbäuerin, die mit ihrer Ausstrahlung und den tatsächlichen Heil erfolgen, die Menschen für sich einzunehmen weiß. Fortan ist Amalie steter Gast in der Presse, die mit Argusaugen verfolgt, ob sich die Hohennesterin einen Fehltritt leistet. Ein gerissenes Weibsstück, wie es im Film so schön heißt, der der damaligen Frauenfigur allzu gern das liederliche, luderhafte Nachzusagen versucht, wenn sie eigentlich nur geschäftstüchtig ist und der patriarchalisch übergriffigen Welt die Stirn zeigt. So lesen wir 1862 aus der Feder des Geheimrats Prof. Dr. Johann Nepomuck von Nussbaum, Zitat, Ich halte das von den Behörden bedauerlicherweise noch nicht eingestellte Treiben der Hohennester für einen groben und lebensgefährlichen Betrug. Mit Schneid sprengt die Hohennesterin die Enge der Stuben und die gedanklichen Horizonte und geht unerschrocken weiter ihren Weg, der sie schließlich nach Maria Brunn führt, einem von Gott und den Gläubigen verlassenen Ort im Dachauer Land, heruntergewirtschaftet und Elende, obschon es eine heilkräftige Quelle für sich reklamiert hatte. 1863, im Alter von 37 Jahren, kauft Amalie gemeinsam mit Benedikt das erbärmlich aussehende Gut für immerhin 28.000 Gulden und hat die Vision eines Weltbads im Kopf. Die Landbevölkerung begegnet ihr anfänglich mit Skepsis. Doch schon bald wittern Zimmerleute und Schmiede, Metzger und Köchinnen, Mägde und Gärtner, Ziegelbaumeister und Ochsenknechte, Schnapsbrenner und Schreiner auskömmliche Aufträge. Denn das Motto der Madame ist stets nicht kleckern, sondern klotzen. Da wird auf Hochglanz poliert, gewienert und ausgebaut, wie es die Provinz an der Stelle noch nicht gesehen hat. Nur vom Feinsten, denn das soll besonders zahlungskräftige Gäste anlocken. Das ist die Zeit, wo Kurbäder in ganz Europa eine große Popularität haben. Bieten sie doch sozusagen Wellnessferien für Reiche, die mehr an Langeweile, denn an schweren Krankheiten leiden. Amalie trifft diesen Nerv und positioniert sich von Anfang an im gehobenen Segment, wenn man das marktstrategisch so benennen würde. Wenige Jahre später wird Pfarrer Sebastian Kneipp im rund 100 Kilometer entfernten Bad Wörrishofen ähnliches erfolgreich tun. Am 1. Juni Sonntag des Jahres 1863 wird das Kurbad Maria Brunn feierlich eingeweiht. Die Bahnstrecke München-Dachau ist bereits gut ausgebaut, das Fuhrwesen floriert. Der stete Zuzug der Gäste ist also sichergestellt. Amalie diktiert in die Feder der örtlichen Presse, was am nächsten Tag über das Ereignis gedruckt werden soll. Und so läuft von Minute 1 an die Marketingmaschinerie auf Hochtouren. Doch es sind eben keine Fake News, die in Maria Brunn produziert werden. Die Menschen glauben an Amalie, pilgern zu Hunderten zu ihrer Wirkstätte, harren stundenlang aus, um ihr Schüchtern ihre Urinproben unter die Nase zu halten. In der Zeitung steht zu lesen, Zitat, dass die Frau Doktorin in einer Praxis sich erfreut wie wohl kein anderer Arzt in Bayern. Täglich werde sie von 100 bis 200 Personen aus allen Ständen um ihren Rat förmlich bestürmt. Eine Anzahl Zeugen erklärte in offener Sitzung, dass die Frau Wunderdoktorin sie geheilt habe, nachdem das Wissen der studierten Doktoren gescheitert sei. Zitat Ende. Maria Brunn boomt. Die Kunde der kenntnisreichen Kräuterfrau, die so resolut ihr Regime führt, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Hinzu kommt, Amalie ist eine Erscheinung. Einst muss sie wunderschön gewesen sein, eine Frau, die nicht mit ihren Reizen geizte. Sie liebt das Bombastische, die kalkulierte Inszenierung, den perfekten Auftritt. Wir blicken auf Abbildungen einer elegante Frau in schwarzseidenem, ausladendem Kleid mit Schleppe und Tüll. Ihr Antlitz lässt Raum für Fantasie, ist es doch, zumindest in Richtung ihres 50. Lebensjahres, von einem Schleier bedeckt. Üppiger Goldschmuck funkelt im Kontrast zur dunklen Garderobe. Zeitgenossen berichten von einer körperlich-stattlichen, aufdringlich-vornehm gekleideten Dame, die vor Durchsetzungsvermögen nur so strotzt. Die Hohenäster kann Anweisungen geben wie ein Feldwebel, auch gegenüber ihren Patienten, die sie, gleich welchen Standes, ausnahmslos duzt. Sie erwartet bedingungslose Erfüllung ihrer Verordnungen. Wer nicht hören will, muss schlicht gehen, egal welcher Rang. Ihre Wutausbrüche scheinen an Naturgewalten erinnert zu haben. Ihre Untergebenen reagieren auf einen Pfiff, ihr Ehemann mit einem energischen Schlag ihres Gehstocks auf den Boden. Ein Termin bei ihr gleicht einer Audienz wie am Hof des Kaisers. Es wird kolportiert, dass sie sich von Dienstboten Informationen über ihr gegenüber beschaffen lässt, etwa indem die Boten so manche Gespräche der Anreisenden untereinander belauschen, um so wertvolle Hinweise auf die mitgebrachten Zipperlein zu erhalten. Und doch und immer wieder Amalies Erfolge beruhen auf einem gerüttelt Maß an Menschenkenntnis, gepaart mit soliden Kenntnissen der Naturheilkunde und dem durchdringenden Beschauen von Urinproben. Ein wohlmeinender Laienhistoriker schreibt, ohne ja, Zitat, die Natur hatte ihr eine große Tatkraft, einen unbändigen Geltungs- und Herrscherbetrieb, eine scharfe Beobachtungsgabe, ein ausgezeichnetes Gedächtnis und eine instinktive Kenntnis der Massenseele verliehen. Zitat Ende. Ein weiterer Kunstgriff. Sie nimmt Schwerkranke erst gar nicht auf. Es sind die damals sich schon andeutenden Zivilisationskrankheiten wie Blut, Armut und Wassersucht, Gicht und Hexenschuss, Magengeschwüre und Migräne, die sie passgenau mit Wildpflanzenanwendungen zu heilen versucht. Dazu lässt sie Heerscharen von Kräuterweiblein für sich sammeln. Später werden die Kräuter fast schon aus industrieller Produktion geliefert. Dann zieht Amalie sich in ihr Hinterzimmer zurück, indem sie destilliert und anrührt, auswiegt und vermischt. Boshafte Schreiber behaupten, Zitat, viele Mittel und Seiden, die überall zu haben waren, wurden umgefüllt, gefärbt, anders verpackt und dann als eigenes Fabrikat zu erhöhtem Preis verkauft. Noch ein Wort zur Essenz ihrer Diagnostik, der Harnschau. Die Harnschau begleitet das Wirken von Ärzten seit der Antike. Im Harnglas zeigen sich die unterschiedlichsten Krankheiten. Zeitgenossen urteilen verächtlich über Amalies untrüglichen Blick in dieses Glas wie die Wahrsagerin in die Kristallkugel. Wir stellen uns also vor, wie sie die gläsernen Gefäße mit Urin ins Licht hält und Farbe, Konsistenz, Geruch und Schwebstoffe zu identifizieren vermag. Trotz der Unkenrufe liegt sie in vielen Beobachtungen nicht verkehrt und bis zum heutigen Tag gehört zum klassischen Arztbesuch ja immer noch die Hinterlassenschaft des eigenen Harns. Zur Harnschau hinzu kommen Allheilmittel, die bei gestressten Großstädtern heute, genauso wie bei verzogenen Adelsleuten gestern, Effekt vor Linderung versprechen. Viel Bewegung zu Fuß, Diäten, Wasserbehandlungen, der Verzicht auf Alkohol, Nikotin und Kaffee. Ein appetitanregender Frühstückstee mit Detox-Qualität gehört ebenfalls zum Therapiekanon. Und so erstrahlt Maria Brunnen höchstem Glanz. Madame Hohennester beschert dem verträumten Landstrich den Hauch weltstädtischen Flares. Ihr Ruf sprengt jede behördliche Vorstellungskraft und ihre Beliebtheit im europäischen Hochadel kann einem treuen Amtsmann nur ein hilfloses Augenbraue in die Höhe ziehen, ins Gesicht malen. Amalie wacht zehn Jahre nach Eröffnung über knapp 100 Angestellte. Wir treffen auf die eingangs erwähnten Luxuszimmer, das Schlössel, eine Barockkapelle und ein Brauhaus. Wir können uns vielleicht ansatzweise vorstellen, wie livrierte Diener an opulenten Tafeln exquisites Essen anreichen, die Kristallleuchter funkeln, das Kurorchester aufspielt und die Damen in ihren Roben die Umgebung herauf- und herunterflanieren, während ringsum Kutschen, Gepäck, Berge mit Hutschachteln, Sonnenschirmen und Reisekoffern pausenlos anliefern. Die Zeiten, wo einfache Leute die Doktorbeuerin aufzusuchen vermochten, sind lange vorbei. Züge, Trosse, ja Karawanen an durchlauchtigsten Hilfesuchenden begeben sich auf rumpeligen Faden ins Kurbad, um artig auf Anhörung zu warten. Sie alle lassen sich herumkommandieren, kalt abduschen, in Wind und Wetter nach draußen scheuchen und die bitteren Gebräue wilder Kräuter in sich hineinkippen. Zielgruppe ist der europäische Adel und alles, was im Deutschen Reich Rang und Namen hat. Das Gästebuch verzeichnet Großfürstinnen und Barone, Fürsten und Prinzessinnen, die Rothschilds, die Stroganoffs. Gern wird erzählt, dass auch die prätentiöse Kaiserin Sisi uns allen aus Kitsch-Verfilmungen bekannt, ihr Gast gewesen sein soll. Belegt ist das scheinbar nicht. Doch soll sie für ihren Freund, den Märchenkönig Ludwig II., Stichwort Neuschwanstein, einen Saft gegen sein Magenübel entgegengenommen haben. Wie auch immer, das Gerücht mit Sisi ist bis heute in der Welt und sorgt für beträchtliche Imageaufwertung. Kaum einer Hand ruht, wenn nun jährlich 4000 Pfund Weißbrot und 30.000 Pfund Fleisch herangekacht werden. Amalie schreibt 1877 im Alter von 50 Jahren einen Jahresumsatz von 100.000 Goldmark. Und höre gleich noch mehr Zahlen, weil unsere Welt so erfolgsversessen ist. Im gleichen Jahr meldet der Amperbote 1016 zahlende Gäste, darunter Griechen und Amerikaner, sowie 213 Russen. Die Hohenestas reinvestieren, kaufen Ländereien und Immobilien und bescheren dem Dachauer Land prosperierende Zeiten. Und Geld lässt sich nicht wegdiskutieren. Die Gemeinde profitiert vom Prestige und den sprudelnden Einnahmen. Die umliegende Bevölkerung erhält reichlich Lohn und Arbeit. Scharlatanerieverdacht hin oder her. Aus den Brandmauern ihres damals vom Blitz getroffenen Elternhauses kommend bewirtschaftet Amalie am Ende 300 Hektar. Das ist kein Pappenstiel. Das ist eine echte Leistung. Und ein Stachel im Fleisch der Ärzte schafft, die weiterhin nicht müde wird, der erfolgreichen Unternehmerin das Handwerk zu legen. Doch in Sachen Finden und Finessen haben viele hohe Herren die Rechnung ohne die Hohenester gemacht. Die vermeintliche Fuscherin übersteht so manche Strafexpedition. So stellt sie beispielsweise einen ehemaligen Militärarzt ein, sodass sie juristisch nicht belangt werden kann, denn nur ein approbierter Mediziner darf einem Kurbetrieb vorstehen. Der arme Mann ist allerdings jenseits von Gut und Böse. All das bringt Publicity. Was heute Insta ist, ist damals der bayerische Landbote. Und es gibt eben auch die vielen hundert Menschen, die öffentlich ihre Dankbarkeit bekunden. Und doch, der Stress zehrt an der Hohenesterin, die Jahre des Kampfes und der Anfeindungen gehen auch an diesem Energiebündel nicht spurlos vorüber. Im Alter von nur 52 Jahren erliegt die Doktorbäuerin 1878, dem Versagen ihres Herzens. Manche behaupten, sie habe sich zu Tode gegessen, denn sie selbst scheint sich nicht an ihre gestrengen Verordnungen gehalten zu haben. Vielleicht hat sie auch Brustkrebs gehabt. Sicher hat sie dem Extrakt des Schlafmohns, sprich dem Opium, zugesprochen. Heute liegt sie auf dem Friedhof von Ampermoching begraben. Über tausend Leute seien bei ihrer Beerdigung zugegen gewesen. Was bleibt also von unserem kleinen Ausflug in die Welt von vor 150 Jahren ins Umland von München? Steigen wir gestärkt und geheilt wieder in den Zug Retour? Haben wir einen Eindruck von dieser ganz besonderen Frau bekommen, die uns vielleicht sogar in ihrer Resolutheit verschreckt hat? Konnten wir an den reich gedeckten Tafeln gepflegte Konversationen betreiben und kommen inspiriert von alternativen Lebensweisen wieder nach Hause? Sehen wir vielleicht sogar die Kräuter am Wegesrand mit anderen Augen? Und wenden unsere blassen Blicke auf die Wiesen, um uns an ihnen verstärkt zu laben? Wer weiß das schon? Ein wenig Fiktion bleibt bestimmt. Und als Fakten vielleicht? Ein Schriftgelehrte ist sie nicht gewesen. Mutmaßlich konnte sie weder lesen noch schreiben. Geblieben ist zwar eine Schrift, Amalie Hohenesters Arzneimittelschatz, die scheint jedoch posthum nach ihrem Tod veröffentlicht worden zu sein. Maria Brunn ist heute in Privatbesitz. Die Gastwirtschaft ist noch zugänglich. Wer in der Nähe ist, stößt gern auf Amalie an. Es hat nicht mehr lange gedauert, bis das Kurbad den Bach heruntergegangen ist, denn es stand und fiel mit dem Charisma seiner Gründerin. Geblieben sind außerdem launige literarische und filmische Werke. Die Komödie Die Kurfuscherin aus dem Jahr 1949 von Hans Fitz ist Dauergast auf deutschen Bühnen. Eine Fernsehfassung fürs ZDF entsteht 1974 mit der damaligen Berühmtheit Maria Schell in der Hauptrolle. Wer Muße hat, kann außerdem heute noch auf YouTube die sehr sehenswerte Verfilmung unter dem Titel Mali des bayerischen Fernsehens in zwei Teilen aus den Jahren 1996 und 1997 angucken. Die Buchvorlage dazu liefert der immer noch aktive Journalist Norbert Göttler. 2019 verfasst zudem Amalies Urgroßneffe Georg Gebhardt eine 360-seitige Geschichte ihrer Familie. Und für uns noch einmal. Die hohen Nester hat es bis ganz nach oben geschafft und auf ihrer Karriereleiter manch brüchige Sprosse erklommen. Amalie heilt mit einer untrüglichen Mischung aus Kräuterkunde, autoritärem Auftreten und Sinn fürs Business. Sie hat Stubenhocker nach draußen gescheucht und verzerrtelten Gemütern eiskalte Duschen verpasst. Unermüdlich hat sie sich für Ruhm und Glorie des Heilbads eingesetzt, mit respektablen Summen hantierend, stets Machtspielen und Animositäten ausgesetzt, die sie mit ihrem Ehrgeiz und letztlich mit ihrem Leben bezahlt hat. Ihre Verfahren sind Wellness für viele und gelten in weiten Teilen bis zum heutigen Tag. Naturheilkunde, Entschlackung, Ertüchtigung und Abhärtung und der raue, unduldsame Ton der Zuwendung zum Heilsuchenden, das alles kann durchaus Linderung oder Geheilung bringen. Ihre Hartnäckigkeit und Nervenstärke, die Unerschrockenheit gegenüber der Obrigkeit, die zielgerichtete Dreistigkeit, sich einen Ruf aufzubauen und dabei vielleicht auch an mancher Stelle unlauter vorzugehen, erhebt sie über die vielen, leider eben viel zu wenig bekannten heilkundigen Frauen ihrer Zeit. Möge sie nun endlich in Frieden ruhen. Amalie Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir danken dir fürs Dranbleiben bis hierhin und hoffen, dass du wieder gut aus dem 19. Jahrhundert zurückgekommen bist. Und wenn du magst, höre gern noch in die anderen Tracks aus dem Themenspecial hinein, wo es eben um das Berufsbild rund um Wildkräuter geht. Alle aktuellen Infos über unser Tun und Treiben verrät dir Melanies wöchentlicher Newsletter, den du ganz einfach über Luna Herbst abonnieren kannst. Ich träume mich noch ein Weilchen in die üppigen Wiesen der Alpen. Bis demnächst, deine Mo.